Hallo liebe Gartenfreunde, ich habe es jetzt letztendlich geschafft mich hier rein zu zwängen. Ich wollte eine tolle Anmoderation mit diesem Hintergrundbild machen. Ja, herzlich willkommen zu Frankys Garten, ich bin Frank und heute werde ich euch zeigen wie man hier diesen Twin Tower baut. Zumindest im Konzept. Ich habe hier 40 Pflanzen reingebracht mit einer 8 Watt Pumpe. Das heißt, ich führe einmal die Wasserversorgung hoch, leite das mit so einem Kanal rüber und dann kommt es wieder runter. Optimal, das gibt auch viel Sauerstoff für die Pflanzen, für die Wurzeln. Und ich bin ja gespannt, ob das dann in Zukunft noch weiterhin wächst. Und ja, schauen wir einfach mal. Ich freue mich, dass ihr da seid und viel Spaß beim Schauen. Ja, legen wir gleich los. Ich war im Baumarkt gewesen und stand an einem Blechregal. Ich musste mir erstmal die Überlegung machen, wie setze ich das Ganze um. Ich brauche eine Bodenplatte, um den Muffenstopfen zu verschrauben und eine Hauptplatte, wo dann noch einmal die Rohre reingestellt sind. Ja, im Baumarkt gibt es eine gewisse Auswahl, aber die Preise sind natürlich auch stark unterschiedlich. Hier blende ich dir mal ganz kurz meinen Pflanzturm ein. Ich bin hier gerade in der Bearbeitung von den zwei Twin Towers. Ich habe schon einige Videos gemacht auf YouTube und du kannst gerne mal in meine Wiedergabeliste reinschauen. Du bist ja von mir gewöhnt, richtige, gute Bauvideos zu bekommen, wie das alles funktioniert. Das ist hier leider noch nicht möglich. Das ist mein Prototyp. Habe ich noch nie gebaut und ich muss natürlich erstmal selber schauen, wie was wird. Gegebenenfalls werde ich natürlich dann noch ein optimales Video nachreichen, aber jetzt fangen wir erstmal an und schauen wir mal, was draus wird. Meine Idee war dahingehend eine 8 Watt Pumpe zu verwenden. Und das heißt, ich bringe einmal das Wasser nach oben und mithilfe dieses Kanals wird das Wasser einfach in den anderen Turm herübergeleitet. Der Vorteil natürlich ist, man verwendet nur eine Pumpe. Man hat nur einmal Stromverbrauch, der nur bei 8 Watt liegt. Ein Pflanzturm hat 20 Stationen und ich verdoppel natürlich mit der Idee, die Möglichkeit 40 Pflanzen anzubauen. Zusätzlich bietet mir der Kanal oben eine Anzuchtstation für Sämlinge. Das heißt, ich lege da rein Schaumgummiblöcke mit Samen drinnen und die können derweile schon mal wachsen. Das ist diese 8 Watt Pumpe, hat eine Förderhöhe von 1,30 Meter und die verwende ich schon von Anfang an in meinen ganzen Pflanzturmsystemen. Die hat sich bewährt und die verlinke ich euch einfach mal unten in der Videobeschreibung. Hier bohre ich gerade in dem Blech einen Zugang für das Stromkabel für die 8 Watt Pumpe. Später werde ich natürlich das dann sauber mit der Blechschere abschneiden. Ja, jetzt ein kurzer Test, ob das so passt. Ich habe natürlich so ein Aluminiumblech genommen. Die Idee ist, dass es natürlich witterungsbeständig ist und eine Reflexion bietet für die unteren Pflanzen. Und ja, einfach zu bearbeiten ist und wenn man solche Kanten ran biegt, dann habe ich auch eine gewisse Stabilität. In diesem Behälter ist innerlich eine Kante eingearbeitet, sodass das sauber aufliegt. Und unterstützend habe ich natürlich noch zwei kleine Rohre zum Boden mit reingebracht. In der Mitte habe ich einen Zugang geschaffen, dass ich jederzeit an die Pumpe herankomme. Soll da mal was sein. Es bietet natürlich auch die Möglichkeit, einen dritten Turm reinzustecken. Ja, da siehst du einen gedruckten Deckel, also einen Diffuser nenne ich das so schön, dass das Wasser dann, was herunterläuft, dann dementsprechend richtig auf die Seiten geleitet wird und dass die Pflanze optimal mit Wasser versorgt ist. Jetzt baue ich die Wasserversorgung auf. Ich nutze dabei einen flexiblen Schlauch. Wähle die Länge mindestens 75 Zentimeter, sodass du jederzeit diese Wasserpumpe herausheben kannst. Hier siehst du mein Blech mit den Rohren darunter. Sie dienen nochmal als Auflage für das Gewicht. Und da habe ich wirklich was sehr Stabiles hinbekommen. Stabil heißt, dass es wirklich fest sitzt im Kasten. Aber durch die kleine Auflagefläche, wo ich es jetzt reinstecke, ist es natürlich so, dass es trotzdem hin und her wackelt. Deswegen hatte ich auch diesen Kanal gebaut zu einer seitlichen Verbindung, dass es noch einmal ein bisschen Stabilität gibt. Ich habe natürlich schon wieder andere Ideen im Kopf, wie man optimieren kann, wie das alles noch stabiler wird und einfacher. Das werde ich dann im nächsten Kübel umsetzen. Hier sieht man nur einen Zugang zur Wasserversorgung. Das heißt, wie vorhin schon erwähnt, eine Pumpe. Wir werden das jetzt einfach mal schnell anschließen und schauen, ob das so einfach geht. Später werde ich dann die Pflanztürme mit der Einheit, die ich jetzt hier in der Hand halte, verschrauben. So kann man dann zu zweit einfach das System komplett aus dem Kübel herausheben und notwendige Aufgaben tätigen. Ja, hier siehst du noch einmal die Wasserversorgung mit so einem Leerrohr. Möglicherweise werde ich das abändern und mit einem flexiblen Schlauch von der Pumpe aus direkt nach oben gewährleisten. So habe ich dann weniger Probleme bei der Montage des Systems. Man muss sich vorstellen, man steckt ja wirklich diesen Turm einfach in diesen Steckmechanismus und es kann sich natürlich nach unten alles schieben und hat keine Möglichkeit, ja gegenzuhalten. Deswegen möchte ich das mit dem flexiblen Schlauch machen. Ja, jetzt sind wir alle gespannt. Am Anfang werde ich jetzt das natürlich erstmal nur zusammenstecken und die Wasserversorgung einschalten. Natürlich wird es jetzt runter tropfen, aber ich habe das ja schon jetzt am Laufen und mit einfachem Aquariumkleber von außen abgedichtet und ja, da tropft auch nichts mehr. Ja, da freut sich der Kollege. Der erste Part ist gemacht. Ja, kommen wir zum zweiten. Jetzt schauen wir uns noch einmal den Kanal an. Ich war mit der Stabilität nicht ganz so zufrieden, weil im Nachgang muss ich das ja auch abdichten und habe einfach noch einmal zwei kleine Stücke abgeschnitten und oben verklebt und reingeklemmt. Wie verwendeten Materialien sind alle UV-beständig und somit hast du auch lange Freude mit deinem Projekt. Ja, das sieht ganz gut aus. Es ist auch wirklich sehr, sehr stabil geworden. Der Kanal ist fertig und jetzt kommt die Wasserversorgung mit Hilfe eines 90 Grad Winkels und diesem Rohr werde ich kleine Löcher reinbohren und somit das Wasser langsam raus tropfen lassen. Ganz wichtig dabei ist, dass dieser Winkel, dieses 90 Grad Rohr auch Löcher bekommt, sodass gleich das Wasser in deine Türme rein tropfen kann. Bohre zu klein wie es geht. Wasser hat einen Spitzenkopf, weil wenn du das Loch zu groß bohrst, dann kommt natürlich hinten auch nichts mehr an. Ja, mit der Metallbügelsäge säge ich das gleich mal nach Augenmaß ab und schauen wir mal, ob das so hinhaut. Ich werde möglicherweise in meinem Shop irgendwann das System, wenn es für mich in Ordnung ist, von der Qualität her auch anbieten und werde das dann so bauen, dass ihr das einfach nur noch zusammenstecken müsst und dass das alles auch gleich richtig fertig ist. Ja, das sind die kleinen Löcher. Im Nachgang hätte man weniger machen können, weil mir hat dann tatsächlich hinten der Druck etwas gefehlt, aber es funktioniert aktuell und so lasse ich das auch. Ja, sehr, sehr schön. Man muss sich auch mal selber loben und da freut er sich schon wieder, der Kollege zum zweiten Mal. Und ja, jetzt sind wir schon fast am Ende vom Film angekommen. Schauen wir mal, was wir alles für Pflanzen reinstellen. Hier ist natürlich das Wasser drin. Es ist relativ schwer und hier habe ich in meinem Growzelt einen optimalen Platz. Das Growzelt bietet Reflexion und Beleuchtung in einem und ja, ich bin sehr begeistert, da wächst alles wunderbar drin. Jetzt kommen die Salate von draußen, von meinem Regenrinnen-NFT-System rein. Ich hoffe, dass die es mir nicht krumm nehmen, weil sie ja wirklich draußen bei Wind und Wetter bei 5, 6 Grad und jetzt kommen die hier in 20, 22 Grad hin rein. Bei Salate ist darauf zu achten, dass man nicht unbedingt eine Beleuchtung nimmt mit roten Lampen, mit roten LEDs, weil sie dann in Blüte kommen. Ich habe natürlich so eine Beleuchtung hier drin. Es könnte mit der Dauer sein, dass es nicht so optimal ist. Aber ja, was will man machen, wenn es einmal da ist? Deswegen bin ich froh mit dem Kanal oben. Das nimmt die Reflexion ein bisschen weg. Und unten habe ich ja meine, ja, 9 Watt Lampen jeweils in jeder Ecke und somit hoffe ich, dass das alles funktioniert. Ja, absoluter Wahnsinn jetzt hier, wie das langsam alles grün wird. Rechts habe ich Bakchoi ganz rechts im Turm. Weiter hinten dann, ja, 20 Tomatenpflanzen oder 16 Tomatenpflanzen und vier Kohlrabi-Pflanzen. Ja, und hier habe ich jetzt, ja, um die 30, 35 Salate und hinten habe ich noch einmal Kohlrabi drinne stecken. Ja, ich bin ganz gespannt, wie sich das alles entwickelt. Und ja, abonniert einfach mal den Kanal. Ich wäre, ja, es gibt ja nichts anderes im Garten zu machen. Ich werde natürlich täglich jetzt von dem Growzelt hier berichten. und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einfach mal ein Abo da und ein Like. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und hier noch einmal zum Abschluss vor schöne Bilder. Vielen Dank fürs Schauen und bleibt schön gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen. Meine Idee war, dahingehend eine schöne Anmoderation zu machen. Letztendlich habe ich festgestellt, dass ich zu fett bin. So, schauen wir mal. Und jetzt musst du wieder raus. Ah, so kann man das auch machen. Siehst du, man muss nicht immer studiert sein. Intelligenz reicht auch. Aber irgendwann verstehe ich es auch. So. Ja. Ja! Ja!